Hallo, ich bin Lisa. Wie tausende andere Kinder verkleide ich mich jedes Jahr als eine von den Heiligen Drei Königen. Als Sternsinger ziehen wir von Haus zu Haus und klopfen an ihre Tür. Wir singen ein Lied und bitten um Spenden für Menschen in Entwicklungsländern. Stell dir vor, über eine Million Menschen können jährlich mit diesem Geld unterstützt werden. Kenia John wohnt auf der Straße. Er hätte gerne ein Zuhause. Das geht uns etwas an. Philippinen Maria lebt auf einer Mülldeponie von dem, was andere wegwerfen. Nicht mit uns Guatemala Juan hat kein Land. Seine Familie hat nicht genug zu essen. Das muss sich ändern. Wir Sternsingerinnen und Sternsinger setzen ein Zeichen. Setz auch du ein Zeichen, indem du die Sternsinger unterstützt. Ich bin dieses Jahr auf alle Fälle wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Wie auch noch gì? Untertitelung des ZDF, 2020